Hallo und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Storm Fantasy. Ich habe es mir schon heruntergeladen. Ich habe meinen alten Spielstand wiedergefunden. Habe ich Sound eigentlich drin? Nein, das sicher nicht. Also, wie gesagt, ich habe meinen alten Account wiedergefunden. Hurra. Es gibt auch Spiele, wo man seinen alten Account wiederfindet. Verstanden. Was? Schon wieder mein Alter? Da. Ich dachte, ich hätte meinen alten Account wiedergefunden. Stufe 1 Ach, Mensch. Ach, der war Stufe 1. Stufe 1 Ja, dann. Gut, dann bleiben wir bei denen. Dann starten wir das Ganze mal. Der wird 1. Also doch nicht mein Alten. Also, ist doch irgendwie ein Alter, aber... ...nicht mehr der, den ich am Anfang hatte. Ich bin verwirrt. 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 Wenn du diese neue... Du musst dich für die Dragon-Krystall behalten. Demons, die den Divine Dragon-Krystall wollen. Das ist richtig! Geh für uns, die Chosen-Hero. Du hast Zeit für Schuss. Der Luft wird schwer. Als die Magie schlägt und sich zusammen verbaut. Du bist die Chosen-Hero? Du hast, dich zu... ...gitere Worte der Dragon-Krystall. Ich hoffe, dass du diese Kraft geschehen kannst. Oh, das ist wirklich das Ding. Du hast also zu haben, die Wirkungen entschieden. Ich bin für dich. Du hast gewalt. Derawentist Die-Generals wird uns geschehen. Du bist auf dich, die Chosen-Hero. Ich bin für dich! Das Speicher ist mein Geist. Die Strache ist das der Dragon-Krystall. Da gehen jetzt alle durcheinander hier. Ja mein erster Kampf. Sie haben viele. Sie müssen sehen. Sie haben die zweite Drakenkristin gefunden. Sie sehen, dass der Dramatische Draken der Kriste der Kriste sein wird. Wir sind fertig. Es ist ein bisschen das zu schütten. Es gibt einen Schuss. Es gibt einen Schuss. Es gibt einen Schuss, der mir ein Schuss. Es gibt einen Schuss. Es gibt einen Schuss, der ich mir ein Schuss. Das Schuss macht mich auf. Ich habe einen Gruppe von Demons verletzten mich während ich... Ich weiß nicht ob die Dwarfs geschafft haben, oder nicht. Kannst du bitte helfen ihm? Es ist ein Hönner, Herr. Es ist ein Hönner, Herr. Der Schöne Schöne? Ich bin ein Hönner, aber ich werde das... Oh, nein! Ich werde die Schöne, denn ich bin ein Hönner. Ich bin ein Hönner, denn ich bin ein Hönner. Nach dem Reise, mein Drakon und Vorbeer, der Künstler in den Schöne, ich nehme die Krystalen und die Höhne, aber ich nehme die Krystalen, die Dämonen bräuchte. Ich bin ein Hönner. Ja, ich bin ein Hönner. Ach, das ist ein Hönner. Ich bin der Chosen-Hero. Du musst den Krystal zurückbringen. Puh, die Insekten. Du wirst ein tolles Essen. Ein Skatter sagt mir, dass Krystal mit ihm ist. Ja, boi. Oh, take the Divine Dragon! The Dragon Crystal is back! Take it, the Chosen-Hero. You can only save Arcus by absorbing the Dragon's whole power. Will they attack too? It's both your privilege, and your responsibility. Tell them the news, Amy. I'll go with them. Ha, ha, ha! Who hit this? Stop joking. Don't you see the High Priest is here? Was you a savage? Yes, it was hidden in the spring. I didn't think the Dragon Crystal would be hidden. What's that sound? It's that worm. Be careful! A Dragon Crystal is hidden in here. Be careful. The Dark Power is coming. You can't let the Beamen snatch the Crystals. More and more Beamen are coming. Be careful. Cowering fear is the light. What's that interest in the inside? What's that interest in the inside? By the way. You've been trying now. Tests! You broke forward to my walls while traveling in fear! Yes! Ich bin nur aufgewachsen. Wer ist nächstes Mal? Du hast den vierten Draken-Crystal gefunden. Du hast die Kraft des Divine Draken-Of-Frost pulsiert in dir. Du bist hier, Nat! Amy, was du? Amy saw it! There was flying around the rooftop. I don't know what it was doing. But... Hey, we're willing to do it. Yeah, name the dragon crystal. I'm worried, so I came. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Equipment enhancement is now unlocked. If you want to give your... Let's enhance your weapon to level 1 and see how it glows. Wow, es gläht so schön! Du kannst hier auch andere Erhanschläge und schnapp auf die Glüh noch mehr. Ich habe den Worm gewohnt. Ich werde den Anruf führen, denn ich bin der Echt. Du willst wirklich die Drogenkristalle verbreiten. Ich bin hier, um die Justizung zu verbreiten. Und ich bin immer der Zeit. Was ist das? I command your efforts are futile. I shall return to you. Jawohl! So sieht's aus. You have to collect all the dragons. Don't cry for me. Follow the chosen hero and save Arcus. We have all the crystals. Winter has arrived. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Erfolge. Was haben wir da? Schönes. Seen Diamanten. Und wieder eine Mail. Abholen, löschen. Schön. Schmied automatisch bestätigen. Okay, okay. Winter has arrived. Okay. Fähigkeiten? Okay. Natalia! Savering the world. What? Stop crying. I shall do as the mission commands. Prepare for oblivion. Ha! Ja, ja, oh. Okay. Du mal. Oh ja Ah, okay. Die Voraussetzung für dieser Dungeon erfülle ich noch nicht. Ich kann daran und möchte nicht teilnehmen. Blum, 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 das alles abholen. Jawohl. Dankeschön. Verstanden, abholen. Oh. Ich habe ein schönes, neues, kleines Schwert. Jetzt wird er wieder heruntergeladen. Nice, nice, nice. Ist noch dabei. Okay. Let's do this. Those demons aren't going to cleave themselves. Okay. Okay. The one who ran past us. The old man. It's the old. All right. It should be the high priest. No, Amy. Tell the divine dragon envoy about this. High priest. The high priest. Oh, no. The high priest. Not far ahead of us. You should be ghost. The chosen hero and I will take care of them. Sorry. Did demons do it? Be careful. Hide behind the tree. Dwarf, never hide. What's it like to be rotting for me and... No. Then die. Die. He's dead. He lied to us. Yeah. Stop. He lied to us all. Es ist eine Ehreinheit, Herr. Hast du den High Priest gefunden? Der High Priest! Was hast du gesagt? Es war er? Oh nein! Die Elbe! Und er hat den Dramatischen 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 Dramatischen. Wir können nicht mit ihm ein consecutive Jahrsehnen verk сделал. Lesen Latsch. Sie können hier die Beohn Bei Dramatischen Dramatische Dramatische Dramatischer athlete. Vielleicht hat sie etwas gut herausgestellt. Sie können viel F beginnings. Aber ich bin doch hier. Da ist der Todesritter. Ey du Todesritter, du bist ja voll das Opfer. Ja voll. Ich habe ein Pferd gewonnen. Jawohl. Jetzt müssen wir nicht mehr laufen. Ich habe ein Pferd gewonnen. 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 Bitteschön, bitteschön. Hab ich doch gern getan. Ich heiße ja auch Fee06. Ich habe so einen richtigen Gamernamen. Fee06. Oh, ist das Noterland schon fertig? Das ist doch very, very nice. Abholen, abholen. Jawohl. Jackpot. VIP, ich bin 50. Ja, ich bin 50 geworden. Wer ist da noch bei 38%? Ach Mensch, 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 Mensch. Die Drachenprüfung. Okay. Sonst noch etwas? Nein. Okay. Dann machen wir hier mal weiter. Wir können ja mal kurz die roten Punkte hier alle abarbeiten. VIP abholen, bestätigen. Und hier haben wir nichts. Aber hier ist da noch irgendwas. Ach, da, erweitern. Ihr besitzt 0, kostet 100. Dann kaufen wir es. Oh, schade, geht nicht. Das wollen wir haben. Und. 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 Nein, da ist nichts. Schade. Hier haben wir. Und. 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 ganz Herr lebt. Hm. Schmeiderei. Oop. Ich habe mich verwandelt. Meine Punkte 0, drehen 1, 10, 20. Wie oft habe ich den auf Lager? Bis jetzt 2 Stück. Okay. Ach, da oben steht das. Hier ist es. Meine Punkte 0,5. Jawohl. Jawohl. Ach, alles nehmen. Extrahieren. Oh, Gitarren. Ich muss jetzt auf den Fisch reiten. Ach, Mensch. Hätte ich das gewusst. Ich bin nicht so der Fisch-Fan. Ich bin nicht so der Fisch-Fan. Ja, ich bin nicht so der Fisch-Fan. Der Fisch-Fan. Ja. Und wo kann ich das? Ach so, warte nochmal zurück, da, ja, Anleger, jawohl, das habe ich noch, ach ja, aber das war es jetzt, oder? Ja, wohl, die Ausrüstung, bam, 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 yes, und was haben wir noch hier, Sammelerfolg, okay, wie weit bin ich? Frozen Storm, yes! Oh, ha! Oh, oh, yeah. Oh, yeah, oh. Jawohl. Jawohl. Na, die Rüstung war ja schlechter als meine. Verstanden. Congratulations on unlocking new features. Now, let's go try them. Okay. Hinzufügen. Schnell. Okay. Let's do this! Those demons aren't going to clean themselves! Schade. Oh, nicht ganz. Oh, ich möchte das andere Reit hier haben. Absitzen. Das will ich sitzen. Genau auf das, nicht auf den dummen Hai. Okay, weiter geht's. Ich möchte wenigstens, 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 wenigstens. Den hier fertig machen. Wenn der fertig ist, bin ich auch fertig. Mit dem Video flop, 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 flop. Mit dem gefloppten Flock. Okay. Okay. Dann wird von Nummer 30 gelitten. Tägliche Aufgaben. Was haben wir hier noch fertig? Hm. Was ist hier? Dritter geht vorbei. Der Jammertrung. Was wollen wir mit so einem? Kopf ab. Die ansegenden. Sie fliegt weg. Sie fliegt weg. Sie fliegt weg. Daher wie. Ach, Mist. So tired. Meine Wings sind vollb grad. Ich erinnere. Ungezähltes Wachstum. Oh, ein MP-Dungeon. Oder Gold-Dungeon. Ah, ich glaube MP-Dungeon. Komm mal, jetzt Level up. Bing! Ah, komm mal, ich gebe mal, Kobalt. Was haben wir denn noch alles hier? Gut. Verstanden. Türke, Empire. Schnell beitritt. Beitritt. Verbesser. Schnell beitritt. 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 In dieser Welt, egal was! Die Welt, egal was! Ich schmiede mal während des Kampfes schnell meine Sachen. 1,2M Millionen EPs gemacht und gleich kommt wieder ein Level Up. Ich könnte noch einen EP-Track benutzen, aber ich denke mal, ich habe keinen, sonst würde das ja bei mir hier stehen, oder? Oder so, ich habe doch einen. Für die letzten zwei Minuten. Wo ist der Frostrache? Jawohl. Jawohl. Level 68, bei 1 habe ich angefangen heute Morgen. Ja. 69 und die letzten, sie können laufen. Na, kommt noch der Drache, oder? Sieht das nicht da noch aus? Ich denke, ja vielleicht zum Ende, einmal kurz. Da ist jetzt halt auch vorbei. Ja boi. Ja boi. Weg damit. Weg damit. Gehtel ich jetzt schon. Oh mal wieder eine bessere Rüstung. Da hinten waren noch zwei Münzen, aaaah, Ratten, Skelette. Oh oh, I hope I got this wrong. The Hornpriester. Aris. Na, aber ich sagte Aris, das ist ja Arisa. Oh ja. 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 Ich bin hier, um für Justiz zu leben. Und ich bin immer auf der Zeit. da ist ja der kleine licht ich bin schnell wie 72 erst erst level 60 nach hier ja 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 ich weiß es nicht müssen wir suchen ach ich habe schon wieder ein besseres schwert es leuchtet grün er ist schon fertig leute ja schön auf dem weder würde ich auch noch reiten aber nicht auf den dummen Fisch hmmm und limit angebot mir egal brauche ich tägliche quest sagt hier sagt da die truhe noch öffnen ach ist nur eine einzige runde und ich bin kapitel 1 fertig ach ich erfülle ich erfülle noch nicht die 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 voraussetzung ich muss erst noch das bla 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 bis dahin machen ist das nicht ärgerlich wir spielen noch kapitel 1 zu ende muss wieso gleich los also ich kann noch nicht bearbeiten deswegen mhm ich sehe nichts nicht irgendwas was hat sich verändert ja nicht auch Absalom. Ich muss nur 50% runterhauen. Naja, das wird doch ein Pinderclux. Ich bin 74, er ist 63, weil ich das geschaffen sollte. Und eine bessere Hose. Das ist aber auch nett. Ich habe einen 11. Hurra! Guten Morgen. Hast du auch gut geschlafen? Begleiter. Was ist das? Wir machen etwas Spaß. Was ist das? Jawohl Jetzt habe ich schon eine grüne Hause Hier haben wir alles Haben wir jetzt auch Abholen Begleiter Abholen Erkundung Abholen Täglich Abholen Schön Ich bin begeistert Jetzt habe ich bei Schmied nochmal was Jetzt ist das auch fertig Eine Freundschaft schließen Ok Freunde Feinde Schwarze Liste Freunde Hinzufügen Empfohlen Schnell hinzufügen Hm Vorerstagsabfahren Kann akzeptieren Hm Aber wie findet man Freude Wie findet man Freunde hier Frieden Was Punkt 4 Ach je Ja Dann mache ich mal hier jetzt Feierabend Suche Ich bin 06 Fee 06 Ich suche alle 06 Schrei Und schreibe Dann Oder oder ich mache auf suche und schreibe ich bin untröstlich dann war es das für heute ich werde jetzt mein ticket abholen bestätigen und ich sage schon mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn aber am nächsten mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen so schläft er ich auch manchmal nur nicht mit den arsch in die höhe bis dann viel spaß und auf Wiedersehen